Ah, guck mal, am Ende stehen die hier, die Typen, ja, hier diese, wie auch immer die heißen, von den Priestern, die stehen hier am Ende, ich wusste das gar nicht, und dann kannst du dir nochmal ein Segen abholen, den du haben willst, ne, der Tiger ist da, der Panther, die Fledermaus, äh, die Spinne, und als letztes war es die Schlange, sehr schön, ich wusste das gar nicht, dass man sich den Segen hier am Ende noch holen kann. Haben wir wieder was dazugelernt, okay.